Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Clash Mini Video hier auf meinem Kanal Leute. Ja, vor circa einer Woche gab es ein neues Update in Clash Mini und das müssen wir heute auf jeden Fall mal gemeinsam abchecken. Ja, falls das Video gefallen sollte, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben, dann vergesst du nicht meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um auch in Zukunft kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja, aber wenn ich sagen, reden wir gleich mal länger drum herum, gehen wir gleich drüber in das Video. Okay meine Freunde, wie auf jeden Fall gerade schon erwähnt, gab es auf jeden Fall letzte Woche ein neues Update in Clash Mini und ich habe seit dem Update auf jeden Fall das Game noch nicht geöffnet. Ja, und ich würde sagen, das machen wir jetzt auf jeden Fall einfach mal gemeinsam. Let's go, wir gehen rein in das Game. Und dann schauen wir mal, was sich hier alles verändert hat. Also wir haben auf jeden Fall hier schon mal einen neuen Loading Screen. Ja, und mit dem Update kam auf jeden Fall auch eine neue Season, wie ich hier schon sehen kann. Also ich hatte der letzte Season auf jeden Fall 667 Trophäen, deswegen bekomme ich jetzt hier 80 Champs und 300 Star Points quasi als Belohnung. Ich würde sagen, wir claimen einfach mal den Reward und ja, let's go. Okay, tap to continue, New Season, jetzt haben wir nur noch 300 Pokale, Mega Rip, da müssen wir auf jeden Fall wieder pushen, damit wir wieder weiter nach oben kommen. Okay, so, und so wie jedes Season müssen wir jetzt quasi uns entscheiden, ob wir quasi den Star Exchange stehen. Das heißt quasi, ob wir alle Sterne von unseren Minis entfernen lassen und dafür eine fette Kiste bekommen. Ähm, tatsächlich, meine Freunde, habe ich aber einfach immer das nicht gemacht, weil meine Minis eigentlich ganz gut am Start waren. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass die Kiste so strong ist. Also ihr seht schon, alle meine Minis würden ihre Sterne verlieren. Und das finde ich nicht so cool, weil ich ja gerade viele Minis ziemlich weit oben habe, die ich halt auch spiele, weil ich mir die quasi damals in meinem Shop gekauft habe. Und das wäre echt blöd. Wir können hier oben nochmal schauen, was man hier bekommt. Also, ja, also ich werde das wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Sterne ich bekomme. 45? Das heißt, ich würde 6000 Gold, 80 Kisten bekommen. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, fühle ich irgendwie nicht so. Dementsprechend, meine Freunde, ja, behalte ich auf jeden Fall meine Sachen und gehe nicht in den Exchange. Finde ich auf jeden Fall an der Stelle besser. Und, ja, confirm. Außerdem haben wir auch einen neuen Hintergrund bekommen. Denn, meine Freunde, es gibt eine neue Season, wie ihr hier schon sehen könnt. Ähm, ja, haben wir jetzt hier auf jeden Fall so eine Minis Season. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Und was auch noch auf jeden Fall neu war, es gibt ab sofort eine Trophy Road. Also hier, meine Freunde, ich weiß nicht. Ob ihr euch schon den Tiny Talk angeschaut habt. Also quasi den Update Talk von Clash Mini. Also hier können wir jetzt auf jeden Fall, ja, so eine Trophy Road machen. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal rein hier und starten mal hier Climbing. Da bekommen wir ganz schön viele Rewards jetzt. Das ist mega, mega cool gemacht, finde ich. Und ich finde es echt richtig, richtig cool, dass auf jeden Fall hier so eine Trophy Road hier eingefügt wurde. Ja, nice. Mal schauen, wie weit wir nach oben kommen. Und wir bekommen auch einen Skin. Nice, wir bekommen einen Pekka-Skin. OP. Okay, wir kommen bis zu Gold 3 auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall, ja, mehr pushen, damit wir hier weiter nach oben kommen. Ganz wichtig. Und jetzt müssen wir aber erstmal die Rewards 1 haben, meine Freunde. Let's go. Also wir bekommen erstmal 13 Kisten. Das, meine Freunde, ist nice. 40, äh, Juwelen. Okay. Dann hier was für den Lumberjack. Oh, nice. Vorbei, König auf 3. Auch mega nice. Und wir haben eine Skin bekommen. Nice. Okay. Oh, Max. Let's go. Das ist strong. Shieldmate auf 16. Leider nicht Stufe 3. Wäre cool gewesen. Okay, Bowler 1. Und nochmal eine Skin Kiste hier auf jeden Fall. Nice. Wir kommen natürlich auf den Pekka. Okay. Pekka auch nochmal einstehen. Da fehlen uns auch nur noch 2 bis zum Max Level. Ist nice. Archer Queen. Okay, die hätte ich gerne ein bisschen mehr bekommen. Also Max. Archer Queen wäre schon cool gewesen. Aber leider nicht möglich, weil ich höre auch Max. Und ja, lol. Eis mag ihr auch Max out. Stabil. Okay. Nice. Kann man auf jeden Fall. Ja, kann sich sehen lassen. Genau. Hier können wir unsere Heroes auch nochmal sehen. Wir creaden hier den Barbarenkönig direkt ab. Und das, meine Freunde, ist echt cool. Weil jetzt bekommen wir hier quasi schon ab Stufe 3 die Ability. Oder nee, Stufe 4. Ich hab mich getäuscht, meine Freunde. Also bei Stufe 4 bekommen wir auf jeden Fall die Ability. Und bei Stufe 8 bekommen wir die zweite. Früher war das ja Stufe 5 und Stufe 10. Das heißt, ja. Jetzt kann man auf jeden Fall früher quasi seine Abilities freischalten. Außerdem gibt es auch einen neuen Hero. Nämlich ihn hier, den Skeleton King. Finde ich auch mega cool. Habe ich jetzt leider noch nie gesehen, weil ich das Game noch nicht gespielt habe seit dem Update. Und es gibt auch neue Minis. Oder einen neuen Mini. Nämlich hier den Royal Ghost, den wir schon aus Clash Royale kennen. Den müssen wir unbedingt auch demnächst freischalten. Bei den Clans hat sich auch was verändert. Es gibt jetzt sogenannte Raids, meine Freunde. Richtig krass. Ja, müssen wir mal hier schauen. Da müssen wir quasi jetzt hier den Raid spielen. Müssen wir mal fighten. Und dann eventuell gewinnen. Also wir sind jetzt hier auf jeden Fall so wie ein Clash Quest. Müssen wir jetzt quasi so einen Boss besiegen. Und ja. Finde ich auf jeden Fall eine nice Idee. Genau. Dann würde ich sagen. Geht es gleich auf jeden Fall los. Und wir besiegen mal den Boss. Und let's go. Wir gehen mal hier nochmal eins drüber. Ich weiß gar nicht, wie der Lava... Äh. Ich weiß nicht. Wie heißt der Lava-Chine funktioniert? Oh nein. Der greift meine Queen an. Wie nervig. Aber ich weiß nicht, ob wir ihn besiegen können. Weil das ist ja Level 7. Also dann müssen wir ihn auf jeden Fall hustlen. Okay. Oh, der macht ganz schön Schaden. Das finde ich nicht nice. Und wir haben leider verloren. Okay. 1-0 für ihn. Hm. Wir müssen den irgendwie besiegen. Außerdem haben wir auch alle Minis, die quasi 4 kosten. So wie jetzt eben in dem Fall auch, ähm... Der... Der Mega-Ritter haben ja auch einen Boost bekommen. Also der Mega-Ritter sollte ja jetzt deutlich stärker sein als früher. Also der soll jetzt das Mini mit den meisten HP-Punkten sein. Was auf jeden Fall auch interesting ist, finde ich. Auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen, ob er tatsächlich jetzt stärker ist als der Pekka. Oder mehr HP hat als der Pekka. Ja. Aber ich glaube schon. Und wie immer greift er natürlich hier wieder meine Archer-Queen an. Aber diesmal, meine Freunde, stirbt unser Skeleton. Unser King-Skeleton hier auf jeden Fall ein bisschen früher. Und kann auf jeden Fall hier gut Schaden machen. Ja, man. Meine Freunde, es sieht glaube ich nicht schlecht aus. Obwohl... Ne, auch leider verloren. Also man muss sagen, der Lava-Golem ist auf jeden Fall echt strong. Ja, mal schauen, ob wir den besiegen können. Hm. Schwer zu sagen. Ah, lol. Der Sperr-Koop hat auch eine neue dritte Star-Ability bekommen. So. Ja, wir müssen hier ein bisschen splitten. Ansonsten ballert er gleich wieder seine Lava da drauf. Wir probieren es mal so und schauen, ob wir so eventuell gewinnen können. Oh je. Ich glaube aber, dass wir Lava-Golem ein bisschen verloren haben schon. Keine Ahnung, man. Oh nein. Er hat auf jeden Fall unseren Elektro-Wissern angegriffen. Einer unserer stärksten Truppen auf jeden Fall. Ein bisschen schade. Und let's go! Der Lava-Golem ist tot. Nice. Vielleicht können wir doch noch gewinnen. Mal schauen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Victories. Wir dürfen nicht verlieren. Hm. Okay. Wir hauen auf jeden Fall hier nochmal was drauf. Ja. Und dann bleibt uns ja auch nicht viel übrig. Wir können nur den Sperr-Koop halt upgraden. Aber wir, ähm, welche Truppe? Komm, wir bleiben dabei und killen den Mini-Packer. Sitzen den ein, zwei da hinten. Und bringen den auf der Seite. Weil dann mit der Elektro-Wissern auf jeden Fall nicht gehittet vom Lava-Golem, glaube ich. Oder ich weiß tatsächlich nicht, wer hier quasi den Lava oder wo der hinschießt. Okay. Er schießt auf das weite Fernseh der Ziel. Das hätte man auch wissen können. Okay. Hm. Aber, meine Freunde, es sieht wieder gut aus, würde ich sagen. Also wir können, glaube ich, wieder gewinnen. Ja, Mann. Nice. Das heißt, wir brauchen noch einen Victory und haben wir auch den Lava-Golem besiegt. Okay, Leute. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen umgebaut. Und ich habe auch den Mega-Ritter upgraden. Und schauen wir mal, ob wir so vielleicht gewinnen können. Okay. Er schießt wieder auf den Elektro-Wissern. Ist ja klar. Aber sein Mini-Packer ist raus. Das heißt, wir können vielleicht doch wieder einen Victory mitnehmen. Mal schauen. Sieht, glaube ich, echt gut aus, oder, meine Freunde? Let's go. Oh, das ist der Victory. Nice. Das heißt, wir haben sogar den Lava-Golem besiegen können. Das, meine Freunde, ist auf jeden Fall strong. Das, was wir bekommen, hier ziehen. Ja, so Boss-Points. Und ich weiß nicht genau, wie die heißen. Und damit können wir ihn auf jeden Fall hier ein bisschen zerstören. Nice, Mann. Unforgetable, bester Clan. Ihr wisst, meine Freunde. Join auf jeden Fall rein, falls ihr noch in keinem Clan seid. Hier, ich glaube, wir haben sogar noch Platz frei. Ja, wir haben noch acht Plätze frei. Also, falls ihr noch in keinem Clan seid, Join unbedingt Unforgetable. Genau. Außerdem, meine Freunde, können wir jetzt hier mit Supercell ID verknüpfen. Und dann bekommen wir ein Skin gratis. Und ich würde sagen, den claimen wir hier auf jeden Fall auch noch. Der Chicken Barbarian Skin. Der sieht auch witzig aus, auf jeden Fall. Let's go. Nice. Aber dann will ich sagen, meine Freunde, spielen wir auf jeden Fall noch ein Match. Und dann, ja, let's go. Ich habe mich hier für Rumble entschieden. Und er hat tatsächlich schon einen neuen Hero hier. Okay, meine Freunde, das macht das Ganze schon ein bisschen interesting. Hm. Okay, das könnte schwer werden. Was macht das Teil? Ich weiß nicht, was glaubt ihr, was macht das neue, der neue Modifier? Ich habe mich da nicht dazu beschäftigt. Okay. Hm. Was kann das Teil jetzt? Das ist natürlich die Frage, meine Freunde. Wir haben zwar hart verloren, aber was kann der Modifier? Hä? Ah, lol. Er macht ihn wieder full life. Das ist ja OP. Okay, aber leider verloren. Schade, Mann. Okay, weiter geht's. Diesmal gegen Shield Mate. Hm. Wir blazen auf jeden Fall mal hier ihn hier vorne. Und lassen ihn wieder full life werden. Ja. Ah, die Sache ist, spiele ich einen Mini-Pekka? Ah, ich bekomme natürlich wieder keinen Mini-Pekka. Man kennt's. Dann bringe ich mal den Speer-Kobold. Und dann probiere ich... Ah, ich hätte da noch das Upgrade machen können. Real! Oh, Mann. Schade. Leider habe ich das Upgrade nicht mehr geschafft. Das wäre echt gut gewesen, wenn ich das noch gemacht habe. Aber schade. Das ist jetzt nicht so toll. Mal schauen, ob wir trotzdem vielleicht gewinnen können. Aber es sieht nicht gut aus. Und let's go. Come on! Oh mein Gott. Das... Ah, nee. Ah, verloren. Das sind wir auf jeden Fall rausgefallen im Rumble. Schade, Mann. Ich hätte gedacht, wir können im Rumble auf jeden Fall gewinnen. Aber das war wohl an der Stelle nix, meine Freunde. Und nochmal gegen den neuen Hero. Dann können wir auf jeden Fall nochmal testen, ja, wie wir den auf jeden Fall besiegen können. Oder was genau seine Fähigkeit ist. Das haben wir ja leider noch nicht gesehen. Wir haben noch sechs von den Teilen übrig. Oh, Junge. Okay. Hm. Ja, let's go. Wir werden wahrscheinlich jetzt wieder verlieren, weil wir halt viel zu wenig Truppen haben. Und das ist die einzige Truppe, die Upgrade ist, das ist der Spier-Kobald. Das ist schon ein bisschen... Whack. Aber, ja, gut. Er hielt sich jetzt natürlich hoch. Aber der Modifier ist schon echt strong. Oder halt... Ich weiß nicht genau, wie sich das nennt. Aber das ist echt stark. Dass man da quasi wieder full hielt. Leute, wir haben jetzt so kein bisschen besiegt. Oh mein Gott. Haha, nice. Aber wir werden trotzdem leider rausfallen, weil natürlich, ja... Wie soll man sagen? Die anderen schon früher den einen Stern hatten. Schade, Mann. Naja, keine Trophäen, aber auch kein Minus. Das ist auf jeden Fall gut. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, das soll es aber auch schon für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst du gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr in Zukunft noch mehr Clash Mini sehen wollt, dann lasst unbedingt ein kostenloses Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag. Spiel zu viel Clash Mini. Hau rein. Und tschüss, ich hoffe, ich gebe auch noch vorne.